Der Unterschied zwischen Handlungs- und Regelutilitarismus Pedro, ein armes Kind, stiehlt dem reichen Geschäftsmann Donald einen größeren Geldbetrag. Donald bemerkt es, ärgert sich kurz und vergisst es dann gleich wieder, weil er genug Geld hat. Pedro kann mit dem Geld Nahrungsmittel für sich und seine Familie und dringend benötigte Schuhe kaufen. Den Unterschied zwischen Handlungs- und Regelutilitarismus kann man an diesem Beispiel gut erklären. Rufen wir uns den Grundsatz des klassischen Handlungsutilitarismus nach Jeremy Bentham ins Gedächtnis. Führe diejenige Handlung aus, durch die eine größtmögliche Summe an Nutzen für alle Betroffenen erreicht wird. Nutzen bedeutet bei Bentham möglichst viel Freude und möglichst wenig Leid. Es wird dir nicht schwer fallen, die Freude von Pedro gegen das Leid Donalds abzuwägen. Nehmen wir an, Pedro hat kein wirklich schlechtes Gewissen, dann ist aus der Sicht des Handlungsutilitarismus klar, diese Handlung ist richtig, weil Pedro einen sehr großen Nutzen und Donald keinen wirklichen Schaden hat. Der Diebstahl vergrößert den Gesamtnutzen für alle Beteiligten. Das ist erst einmal irritierend. Stehlen soll richtig sein? Irgendwie stimmt das nicht und ist gegen das unmittelbare moralische Gefühl vieler Menschen, also kontraintuitiv. Diesem Einwand kann man mit dem Regelutilitarismus begegnen. Jetzt würde man nicht fragen, ist die Handlung, dass ein armes Kind einen reichen Mann bestiehlt, richtig, sondern man bildet, bevor man das überlegt, eine über die Handlung hinausgehende, übergeordnete Regel. Die könnte lauten, Stehlen ist richtig. Oder es ist richtig, dass arme Kinder reiche Männer bestehlen. Erst dann schauen wir wieder auf unser Beispiel. Die erste Regel, Stehlen ist richtig, würde sicher zu totalem Chaos führen, weil dann alle stehlen würden und auch ich selbst dann bestohlen werden könnte. Einen solchen Zustand würde keiner wollen. Der Gesamtnutzen wäre zum Beispiel wegen der Verunsicherung aller negativ. Stehlen bliebe also verboten. Bei der zweiten Regel, es ist richtig, dass arme Kinder reiche Männer bestehlen, ist es schon schwieriger. Das solltest du mal durchdenken. Wichtig ist hier auf jeden Fall Folgendes. Der Regelutilitarist überprüft zwar auch die konkrete Handlung, also ein Kind bestehlt einen reichen Mann, aber er schaut nicht wirklich auf das konkrete Beispiel. Er denkt darüber nach, welchen Nutzen eine allgemeine Regel hätte, die sozusagen in der Handlung versteckt ist. Es geht nicht um den einzelnen Fall, sondern darum, wie es wäre, wenn alle Menschen in allen Situationen sich nach der Regel verhalten würden. So fragt der Regelutilitarist nicht, was sind die Konsequenzen dieser einen Handlung, sondern folgt die Handlung einer Regel, die vermutlich den größten Nutzen für alle hervorbringt. Wenn man so fragt und die Richtigkeit von Handlungen an allgemeinen Regeln ausrichtet, konstruiert man eine moralische Pflicht, nach der man einer bestimmten Handlung folgen sollte. Dies nennt man deontologisch. Dass der arme Pedro den reichen Donald bestehlt, muss handlungsutilitaristisch, also als moralisch richtige Handlung angesehen werden. Regelutilitaristisch wäre Pedro zumindest nach der allgemeinen Regel, dass Stehlen falsch ist, nicht im Recht. Er müsste nämlich dann selbst damit rechnen, bestohlen zu werden und wie alle anderen ständig in Angst vor Diebstählen leben. Zusammengefasst kann man also sagen, der Handlungsutilitarist schaut auf die Folgen einer konkreten, einzelnen Handlung. Er fragt, was sind ihre Konsequenzen. Deswegen nennt man die handlungsutilitaristische Idee auch konsequentialistisch oder teleologisch, also auf ein Ziel gerichtet. Der Regelutilitarist schaut auf die Nützlichkeit der Regel und lässt dann die Handlung dieser nützlichen Regel folgen. Damit argumentiert er aber eigentlich deontologisch. Man kann sagen, der Regelutilitarismus ist eine deontologische Theorie auf einer teleologischen Grundlage. Wenn sich nach dem Betrachten dieses Videos jemand an Immanuel Kants kategorischen Imperativ erinnert fühlt, dann ist das kein Zufall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.